Der Markus, der könnte ja nie so auf den Tisch schauen. Kann ich doch. Dann zeig's doch. Oder ich bin weg. Hier ist kein Tisch. Ach, nee, an dem Tisch soll's nicht liegen. Marco, da ist er. Ja. Markus, du willst dich also gegen deine Mutter durchsetzen. Ich bin davon überzeugt, dass es ganz, ganz tief in der drin steckt, dass du es kannst. Schritt 1, böse gucken. Markus, guck einfach böse. Ich demonstriere das mal kurz, ja. Ja, das ist ja schon... Okay, gut. Ja. Markus, wenn du doch einfach mal hier hinkommen könntest. Wir machen mal weiter, ja. So, es muss ja auch irgendwie weitergehen. Wunderbar. Markus, wenn du richtig auf den Tisch hauen willst, ja, dann brauchst du dazu eine ganz besondere Technik. Schritt 2, schreien und schlagen. Schau bitte genau hin. Ich zeig das dir jetzt. Energie sammeln. Okay, mach das mal bitte nach. Kann ich das nochmal sehen? Bitte? Kann ich das nochmal sehen? Noch mal sehen? Ja. Ja, klar, gerne. Oh! Oh! Oh je je je! Wie war denn jetzt der Mittelteil? Was? Ich meine, wie war denn jetzt der Mittelteil? Mittelteil? Was für ein Mittelteil? Ja, der Teil in der Mitte. Also, der Teil zwischen dem Ende und dem Anfang. Ach was. Wie war denn der jetzt? Also, du willst das jetzt nochmal sehen, oder? Ja, nur die Mitte. Okay, ich meine, dafür bin ich ja da, ne? Also bitte, dann zeig es mir doch mal. Ja, klar. Ja. Hey, du hast es geschafft! Ja! Ich darf es weiter mit einem Netz. Ich darf den Tisch. Ich kann sie jetzt reinholen. Meine Freunde, Marco Momsen!